Ich höre, ich höre. Haben wir es verpasst? Vielleicht könnten wir ja... Ich bin ganz ohr süße. Hast du schon was vor? Was immer du sagst, schöne Frau. Ganz alter Dreck. Kein Problem. Braucht etwas Schliff. Du bringst mich auf Ideen. Ich bin den ganzen Tag hier, süße. Ich brauche nur ein paar Sekunden. Ein so schöner Mann wie du. Du hast eine wundervolle Stimme. Augen aufs Ziel. Gefällt dir, was du siehst? Klar. Was immer du sagst. Hey! Und Verstärkung! Wir haben sie! Hexelgelke für dich! Such überall! Sie müssen hier irgendwo sein! Wen haben Sie? Ich glaube, ich habe sie gesehen. Ich weiß sie. Du bringst mich auf Ideen. Du bringst mich auf Ideen. Gar kein Problem, Miss. Okay. Los geht's. Ich brauche etwas Schliff. Was meinst du? Was immer du sagst, schöne Frau. Okay. Das ist noch gar nichts, Stalin. Ja! Was immer du willst. Na 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 na. Es muss laufen. Gut. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Gut, der ist Licht. Ich bin ganz ohr, süße. Nächster wäre ihn, hier. Ein so schöner Mann wie du. Du hast eine wundervolle Stimme. Du kannst kurz los. Vielleicht könnten wir sie. Dann warte mal. Okay, da oben hat er uns gesehen. Ich bin den ganzen Tag hier, süße. Du bringst mich auf Ideen. Ja, ich hab's. Ach, dui. Ich bin den ganzen Tag hier, süße. Kein Problem. Du bringst mich auf Ideen. Du hast eine wundervolle Stimme. Was meinst du? Klar. Was immer du willst. Kürz und schmerzlos. Wo das ist? Schleimt! Okay, das ging auch nicht. Ich bin den ganzen Tag hier, süße. Augenhafts Ziel. Ja, dann schmeissen wir da das Messer. Ein so schöner Mann wie du. Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Wer hat mein Blut vergessen? Du bringst mich auf Ideen. Ich höre zu. Ich höre. Ich höre. Gut. Das ist gegangen. Hast du schon was vor? Was immer du sagst, schöne Frau. Wir haben da jetzt eigentlich die Gatling. Ist das... Ansprochen. Du hast noch gar nichts da. Ja. Bis später. Sicher. Sicher. Das heisse. Das gibt's. Er ist tot. Wie haben sie? Sucht überall. Wir müssen sie ausräuchen. Sie sind hier ausschwärmen. Sie wischen uns. Keine Überraschung mehr. Verdammt doch mal. Wo sind sie? Gut. Wir haben sie schon wieder weggedrehen. Umgeholt. Das ist zu wichtig. Verdammte Mistkerle. Diese Typen haben sich gut versteckt. Ich weiss, dass sie hier sind. Weitersuchen. Wir haben sie verloren. Na du. Du. Bring der Schwung in die Sache. Ich lass meinen Charme spielen. Ich lass meinen Charme spielen. Sie verwickeln. Du siehst aber auch gut. Sie werden ihre Fährte jetzt wieder aufnehmen. Dann werden wir hier die Gretling in Schwung bringen. Ob er weg ist. Vielleicht könnten wir ja. Was immer du willst. Kein Problem. Gefällt dir was du siehst? Gar kein Problem ist wieder. Na los. Wo das herkommt. Gibt es nicht. Okay. Das geht anscheinend nicht so gut. Hast du schon was vor? Ich könnt mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Was ist das? Gefällt dir was du siehst? Hm. Gar kein Problem. Lass uns das wieder machen. Komm später zurück. Ja. Er ist tot. Diese Tüft haben sich im Erd verschenkt. Wir müssen sie ausräuchern. Die müssen hier irgendwo sein. Haha. Wer weiß was ich hier schreckt. Wer ist den hier? Mitmachen. Wer sie findet. Hat schon jemand irgendwas gefunden? Vergesst es Jungs. Sie sind im Korn. Na du. Du machst das schon. Oder? Ihn hier vielleicht vielleicht zuerst auch noch Blatt machen. Der hier wird nicht gesehen von ihm da oben. Schön cool bleiben. Endlich. Ich habe mich schon zu Tode gelangt. Ja. Viel besser als Waffelschieb. Oh ja. Darf ich dich was fragen? Ja. Du bist wunderschön. Ein so schöner Mann wie du. Ich höre zu. Ich höre. Alles wiedersehen. Sicher. Sicher. Unser Messer ist noch dort. Wie lange müssen wir denn noch warten? Ich muss sie noch mal hier verlinkern. Zaubern wir sie. Ich muss das Messer holen. Ich bin ganz froh Süße. Ich bin ganz froh Süße. Ich bin ganz froh Süße. Ja, ich höre. Hier rauf gehen. Jetzt müssen wir eigentlich den hier erledigen. Die Spläger. Na gut, dann schicken wir sie rüber. Das wollten wir jetzt hinkriegen. So. Jetzt holen wir uns diesen Bogen. Was meinst du? Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Er steht im Schaden von ihm. Gefällt dir was du siehst? So, aufbauen wir ihn. Der ist weg. Der sieht ihn hier nicht. Frauen. Mach schon. Mit dem Hochzimmer. Okay. Was? Los geht's. Ja, wir haben sie noch nicht. Suchen wir weiter. So. Hier sind wir oben. Noch keine Sorge. Hier gehen wir jetzt quer rüber. Die Feier wird mir zu chaotisch. Abgang Bühne links. Dann holen wir uns den hier mal ablenken. Alle Augen auf mich. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Oh, du bist wunderschön. Ja, da will O'Hara auf der Flucht. Halte dich auf. Dann können wir wahrscheinlich den erlegen. Vielleicht könnten wir ja. Du hast eine wundervolle Stimme. Kurz und schmerzlos. Dann wollen wir mal. Wer bist du? Du kleiner Kratzer. Der da unten ist noch ein Weg. Wenn die hier sind, gibt's nicht. Wo das herkommt, gibt es noch viel mit. Ich bin ganz ursüsse. Ja, wieder nicht gesperrt. Ich sollte glaube ich erspeichern. Vielleicht könnten wir ja. Was immer du sagst, schöne Frau. Den bringen wir gut weg. Gefällt dir, was du siehst? Du hast eine wundervolle Stimme. Du hast eine wundervolle Stimme. Was machen wir mit denen wir es versuchen? Nur keine Sorge. Schönen Tag noch. Hübscher. Dann... Auf nimmerwiedersehen. Seid ihr meinen Kraft, ein kurze Spiel? kurz und schmerzlos was meinst du bereit wenn du es bist darling das schön mit dir zu später zurück ich schlage vor wir verschwinden müssen wir noch hinten mal schön den kopf runter gefällt dir was du siehst war wieder doof getimed wir noch was machen wundervolle stimme an uns kommt niemand nicht den ganzen was machen wir mit dem wir versuchen wir wollen sie zu genug zeit vertrödelt oder sehr schön mit ihr zu reden ich bin hier wenn du mich brauchst wiedersehen wundern wir die besser wir verschwinden leise weg verwickern zeit für meinen auftritt abgang bühne links hey ja ich werde ich kann dir helfen weg verwickern ein bis später treffen wir uns vielleicht später befreie miteinander wir brauchen sie hier oben ich schlage vor wir verschwinden ich schlage vor wir verschwinden zaubern wir es ich frage mich ich bin den ganzen tag hier süße holen wir uns den gleich das messer reicht was meinst du so die hier vorbei sind oh den uns das ist noch gar nicht ich könnte mich den ganzen tag mit dir unterhalten und los wir sehen uns du bringst mich auf ideen was immer du sagst schöne frau so der hier ist abgelenkt hast du schon was vor ich höre zu voll tiefer weise der hier in das gespräch verwickert ist können wir noch hier hinten dann holen wir uns den lau äh äh den poncho träger da oben was immer du willst wo das herkommt gibt es noch viel ach du hast eine wundervolle Stimme du hast eine wundervolle Stimme du hast ein Büro erschossen verdammt die hat Muck schade dass wir sie umlegen sollen die haben die noch was meinst du ich bin ganz ohr süße und nicht zuerst den hier noch killen du bringst mich auf Ideen ja ich höre ein so schöner Mann wie du was immer du sagst schöne Frau auf geht's offenbar ist er von der Braut erschossen vielleicht könnten wir ja ich höre zu du bist schmerzlos ich höre gefällt dir was du siehst du hast eine wundervolle Stimme können den holen das geht wo das herkommt gibt es noch viel mehr wir stehen hier unten aus der hier unterläuften holen wir den hast du schon was vor ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten wir müssen sie finden Higgins ist tot ja dafür wird sie bezahlen ein so schöner Mann wie du soll kein Problem was meinst du ja ich höre ich brauchte etwas eine Sorge weniger du weinst mich auf Ideen ok was immer du willst jetzt schon schwer vielleicht vielleicht könnten wir ja ich höre zu so ich höre kommen wir den nämlich hier wir kommen eigentlich noch hinten gefällt dir was du siehst ja ich höre den holen wir dann auch schneiden den dann hier runter ok los geht's ich höre 16 ob jetzt die kommen wir dann was meinst du Was immer du sagst, schöne Frau. Wo das herkommt, gibt es noch was. Wiedersehen. Hey, das ist unfair. Die Feier wird mir zu chaotisch. Wird auch Zeit. Das Messer reicht. Wenn unterwegs. So, sind wir mit ihm hier unten. Wir haben hier schon mal alles abgeräumt. Ich hab genug vom Heiraten. Ich spiel den Lockvogel. Wir machen Gesundheit. Nein, du bist alle Augen auf mich. Darf ich dich was fragen? Vielleicht habe ich ja, was du brauchst. Klare Sache. Ups, wir haben sie gleich auch mit ermordet. Vielleicht könnten wir ja... Was immer, du hast... Braucht etwas Schliff. Frost gegangen. Ein so schöner Mann wie du. Ich höre zu. Klare Sache. Ich höre. Wieder einer weniger. Du bringst mich auf Ideen. Ja! Jetzt können wir den Punch-Träger erledigen. Wo das herkommt, gibt es noch... Was ist das? Ganz hoher, Süße. Du bringst mich auf Ideen. Was immer du sagst, schöne Frau. Das ist noch gar nichts, Starling. Kein Problem. So, das müsste jetzt eigentlich eher die Hu-Punk funktionieren. Was meinst du? Dann... Du hast eine wundervolle... Nimm's nicht persönlich. Hast du schon was vor? Ja! Ich höre. Bin unterwegs. Du bringst mich auf Ideen. Lass uns das wieder machen. Das ist unfair! Und holen wir gleich die noch. Besser, wir verschwinden leise. Alle Augen auf. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Sieh dich in. Ja, da ist eine Pinze. Kein Problem. Kurz und schmerzlos. Wo das herkommt, gibt es noch viel mehr? Ich bin ganz vor, Süße. Hast du schon was vor? Ja, ich höre. Mach schon. Ja, noch. Ja, nebü mon Pant? Das war nicht gut, die hören anscheinend uns. Wir hier hinten hin. So, mich leicht sitzt. Dann wacke mal. Ich helfe. Genug, was du erstens das wieder machen willst. Hey, das ist unfair. Okay, ich werde die Braut abknallen. Ach Mensch. Ich helfe. Das ist noch gar nichts. Ich helfe. Wie aufregend. Naja, wie das gehen so, keine Ahnung. Wer hat Lust zu spielen? Ein so schöner Mann wie du. Ich bin den ganzen Tag hier, Süße. Das ist nicht gut. Wer sie findet, bekommt ihre Sache. Keine Überraschung mehr. Weitersuchen. Wir müssen sie finden. Hat schon jemand irgendwas gefunden? Scheisse, lasst sie nicht entwischen. Ja, wir müssen die Woche noch ausschalten. Ich weiß, dass sie hier sind. Weitersuchen. Sie müssen hier irgendwo sein. Da kommt mir ein Gedanke. Die zwischen uns. Verdammt doch mal. Wo sind sie? Wir müssen sie ausräuchern. Diese Typen haben sich gut versteckt. Verdammte Mistkerle. Ich erwische dich da drin. Weitersuchen. Wir müssen sie finden. Wenn unterwegs. Sein oder nicht sein. Wir müssen sie ausräuchern. Er kommt. Ich sehe dich, Arschloch. Ich helfe. Und los. Wer hat Lust zu sterben? Wer wird dein Blut verließen? Die anderen. Diese Typen haben sich gut versteckt. Dann wollen wir mal. Ihr könnt euch nicht verstecken, hier in Irgendwo sein. Wir müssen sie ausräuchern. Ich weiß, dass sie hier sind. Weitersuchen. Weitersuchen. Wir müssen sie finden. Wir mischen uns. Ich bin ganz ohr. Scheisse. Ich schlage vor, sie verschwinden. Ja, genau. Lauft nach Hause zu eurer Babas. Wir sind hier. Viel Spass. Sind sie schon wieder zu dritt? Auf Nimmerwiedersehen. Wenn unterwegs. Wieder im Geschäft. Okay. Auf geht's. Ich hab genug vom Heiraten. Nur keine Sorge. Zeit für meinen Auftritt. Besser. Ich frag mich. Vielleicht hab ich ja was du brauchst aufs Ziel. Na los. Ist... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Du bist ein Mist. Da kommt hier. Keine Überraschung mehr. Aha. Wir wärst euch schon Mist, Kerle. Auf geht's, Männer. Hat schon jemand irgendwas gefunden? Verdammt doch mal! Wo sind sie? Wer sie findet bekommt ihre Sachen. Sein oder nicht. Ich weiss, dass sie hier sind. Weitersuchen! Diese Typen haben sich gut versteckt. Wir müssen sie ausräuchern. Schön cool bleiben. Wir haben sie verloren. Stellt die Suche ein! Jetzt sind sie zu dritt, hier hat es keine Worte mehr drin. Bringen wir Schwung in die, bezaubern wir sie. Darf ich dich was fragen? Ah, du bist wunderschön. Zuerst das Messer. Die Show geht weit. Auf Wiedersehen. Hey, das ist unfair. Augen auf. Okay. Meins. Bereit, wenn du es bist. Okay. Los geht's. Moment mal. Ich bin ganz ohr, Darling. Die Feier wird mir... Ich spiel den Lockvogel. Abgang. Du siehst aber gut aus. Ich wette, ich kann dir helfen. Sieh genau hin. Wo das herkommt, geht es nicht. Wir gegen sie. Sie sind hier auszuschwärmen. Wir müssen sie finden. Bereit, wenn du es bist, Darling. Wer sie findet. Und wieder ein Risiken. Ja. Keine Überraschung mehr. Und hier noch einer. Sie müssen hier irgendwo sein. Woher kommt jetzt der wieder? So. Mal schauen woher der wieder gekommen ist. Sollen wir? Wir kommen irgendwie von oben. Kein Problem. Wie aufregend. So, jetzt die Gatling benutzen. Dann werden wir die jetzt alle wegschaffen. Alle Augen auf mich. Ja, wichtig. Hey. Wie kann ich helfen? Wer hat Lust zu sterben? Wer hat mein Blut vergessen? Wer hat mein Blut vergessen? Das war's. Da kommt mir ein Gedanke. So, wir sind jetzt von oben. Auf nimmer Wiedersehen. Wir müssen sie finden. Verdammt der Mist, Kerle. Wir müssen sie ausräuchern. Wir sollten eigentlich wieder nach oben gehen. Hoffentlich. Verdammt der Mist, Kerle. Ich weiss, dass sie hier sind. Weitersuchen. Gut gemacht und. Die nächste Runde geht auf mich. Mal schauen, ob die drei wieder rauf gehen. Was ist da eigentlich? Genug Zeit vertrödelt. Ich lass meinen Charme spielen. Hast du ein bisschen Zeit für mich? Was schön mit dir zu reden. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Bezaubern wir sie. Jetzt geht's. Wie lange müssen wir denn noch warten? Meins. Wollen wir dann? Abgang, Bühne links. Was kann ich tun? Besser, wir verschwinden leider. Ich lass meinen Charme spielen. Die Feier wird mir... Hey, Darling. Ja? Ich wette, ich kann dir helfen. Mach schon. Eine Sorge weniger. Wo haben wir die? Ich denke, jetzt können wir die Gatling wahrscheinlich ungefähr bloß benutzen. In Ordnung. Endlich. Ich glaube, das war's. Mhm. Die Show geht weiter. Hören Sie, Mr. Cooper. Wenn Sie uns helfen, die Ranch zu verteidigen, sage ich Ihnen, wohin Frank gegangen ist. Sie sind ein harter Verhandlungspartner, Miss O'Hara. Ich weiss einfach nur, wie... Gut. Wir haben's geschafft. Tut mir leid. Ich bin wach. Ich bin wach. Wir müssen Sie also Mr. Coopers Freund sein. Ach... Und Sie sind? Kate O'Hara. Freut mich, Sie kennenzulernen. Hector? Und... Wie war die Hochzeit? Probier erst gar nicht, die Lady zu beeindrucken. Wir brechen auf. Hör zu. Ich hab jemanden, der uns helfen könnte. Ein verdammt guter Schütze. Die Sache ist, er macht das nicht umsonst. Ich bin sicher, Higgins hat keine Einwände gegen diese Investition. Okay, Hector. Du gehst mit Miss O'Hara. Ich denke, wir haben bis zum Sonnenuntergang Zeit, bevor die Witzmänner zur Ranch kommen. Wir treffen uns dort. Alles klar, Amigo. Vielen Dank, Mr. Cooper. Ja, nicht nötig. Wir haben doch eine Abmachung, nicht wahr? Dieser Frank muss ja ein krasser Typ sein, wenn Sie Ihr Leben riskieren, um ihn zu finden. Wäre nicht das erste Mal. Naja, Sie sollten sich besser beeilen. Wir werden uns an der Ranch bereithalten. Wollen wir's hoffen. Also, warum müssen wir die Ranch jetzt verteidigen? Tja, das ist eine lange Geschichte. Das erklär ich unterwegs. Musik